Heizung Komm rein, mach die Türe zu. Heizung läuft. Diese Teile, was machen wir damit? Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist gut zu haben. Wer ist heute schuld? Wenn du mich fragst, dann natürlich du. Weg, weg, weg. Wir sehen was wir haben. Hose runter reingefallen. In Arsch stecken. Mein Vorschlag ist erst auf die Wagen legen. Wurde ich mal sagen. Das kommt in die Scheune bei denen, da ich habe Feierabend. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Okay, am das Ding.